DW Deutsch lernen mit Nachrichten Freitag, 26. Juli 2019, 9 Uhr in Deutschland. Raketentests waren Warnung an Südkorea. Nordkorea hat seine jüngsten Raketentests bestätigt. Man habe einen neuartigen Waffentyp getestet, teilte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA mit. Machthaber Kim Jong-un habe die Tests persönlich geleitet. Sie seien eine Reaktion auf die militärische Gefahr, die von Südkorea ausgehe. Kim warf der Regierung in Seoul ein doppeltes Spiel vor. Einerseits behaupte Südkorea, das Land sei für Frieden. Andererseits importiere es neue Waffen und führe Militärübungen durch. Der südkoreanische Generalstab hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert wurden. Neue Flüchtlingstragödie im Mittelmeer Nach einem Bootsunglück vor der Küste Libyens werden mehr als 100 Migranten vermisst. Es wird befürchtet, dass sie ertrunken sind. Die libysche Küstenwache konnte nach eigenen Angaben 130 weitere Menschen aus dem Meer retten. Es handele sich um Migranten aus verschiedenen afrikanischen und arabischen Ländern. Das UN-Flüchtlingshilfswerk sprach per Twitter von der schlimmsten Tragödie des laufenden Jahres im Mittelmeer. Es forderte, die europäische Seenotrettung wieder aufzunehmen. EU weist Johnsons Forderung nach Neuverhandlungen zurück. Die Europäische Union hat der Forderung des neuen britischen Premierministers Boris Johnson nach weiteren Verhandlungen über den Brexit-Vertrag eine Absage erteilt. Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte laut einer Sprecherin in einem Telefonat mit Johnson, das bestehende Abkommen sei das beste und einzig mögliche. Man werde Vorschläge des Premierministers aber prüfen, sofern sie mit dem ausgehandelten Vertrag in Einklang stünden. Johnson hatte zuvor erklärt, ein neues Abkommen erzielen zu wollen. Er bekräftigte, notfalls werde Großbritannien am 31. Oktober ohne Vertrag aus der EU ausscheiden. Abbas will Friedensabkommen aussetzen Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas hat angekündigt, mit Israel geschlossene Abkommen nicht mehr umzusetzen. In den Verträgen geht es unter anderem um die Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen. Abbas begründete die Entscheidung mit dem Abriss mehrerer palästinensischer Häuser in Ost-Jerusalem durch die israelische Armee. Die Palästinenser werfen Israel vor, dort israelische Siedlungen und Verbindungsstraßen bauen zu wollen. Israel teilte mit, die Gebäude seien zu nah an der Sperranlage errichtet worden. Festnahme im Fall der getöteten Aktivistin Grigorjeva Wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod der russischen Menschenrechtsaktivistin Jelena Grigorjeva in St. Petersburg hat die Polizei die Festnahme eines dringend Tatverdächtigen bekannt gegeben. Gefasst wurde demnach ein bereits vorbestrafter Mann aus der früheren Sowjetrepublik, Kirgizistan. Es handele sich um einen persönlichen Konflikt, teilten die Ermittler mit. Die 41-Jährige war in St. Petersburg als Aktivistin für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender, kurz LGBT, bekannt. Die örtliche LGBT-Organisation Vichort äußerte Zweifel an den Ermittlungsergebnissen. Richterin senkt Strafe für Bayer in Glyphosat-Prozess drastisch. Der Chemiekonzern Bayer kommt in einem der wichtigen Glyphosat-Prozesse in den USA mit einer deutlich geringeren Strafzahlung davon. Die zuständige Richterin Winifred Smith senkte den von einer Jury verhängten Schadenersatz von rund 2 Milliarden auf 86,7 Millionen Dollar. Das Ehepaar Alva und Alberta Pilliat macht den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup des von Bayer übernommenen US-Herstellers Monsanto für seine Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs verantwortlich. Die geschworenen Jury entschied im Mai, dass Bayer haftbar sei und verurteilte den Konzern zu hohem Schadenersatz. Fussballstar Mesut Özil ist britischen Medien zufolge in London von zwei Motorradfahrern mit Messern bedroht worden. Die Täter sollen es auf das Luxusfahrzeug des 30 Jahre alten FC Arsenal-Profis abgesehen haben. Sie hatten Özil und seinen Teamkollegen Seat Kolasinak verfolgt, als diese in dem Auto durch den Norden der Stadt fuhren, wie die Daily Mail berichtete. Schließlich habe Özil sein Auto abgestellt und sei mit seiner Frau in ein türkisches Restaurant geflüchtet. Währenddessen habe der bosnische Nationalspieler Kolasinak die Täter in die Flucht geschlagen, hieß es. Soweit die Meldungen von Freitag, dem 26.07.2019.